Squat Jump. Schulterbreiter Stand, Fußspitzen sind leicht nach außen. Wir gehen in den Squat nach unten. Knie gehen leicht, tendenziell nach außen, nicht nach innen kollabieren. Und jetzt mit einer schnellen Bewegung nach oben beschleunigen. Füße verlassen den Boden und Hüfte und Knie sind gestreckt. Dabei müssen wir nicht so hoch wie möglich springen, sondern wir achten darauf, dass wir kurz den Boden verlassen und eine explosive Hüftstreckung und damit die Knie und Hüfte strecken. Squat Jump.